Willkommen zurück mal wieder zu einem Video. Heute schauen wir uns den Coin ICP an und falls euch an meiner Stimme etwas ausfällt, ja ich bin noch ein bisschen verkühlt, ich versuche trotzdem mal recht flott durchzukommen und wie gesagt wir schauen uns den Coin an und ja also ihr habt sicher schon alle davon gehört der ICP ist dieses Jahr groß gestartet auf Platz 6 Market Cap. Es hielt allerdings nicht lange an, mittlerweile findet man ihn schon auf Platz 21 und zwischendurch hat der ganze minus 95% gemacht und nun stellt sich natürlich die Frage ob ICP jetzt ein gutes Schnäppchen ist und was das Projekt überhaupt macht. Gegründet wurde es 2014 von Dominic Williams. Später 2017 kam erstmals mehr Geld in das Projekt und 2021 wurde der Coin so weitgehend fertiggestellt, dass man ihn releasen konnte. Also der Genesis Block kam im Mai diesen Jahres. Beim Funding wurden 121 Millionen Dollar eingesammelt und das ist auch schon der größte Kritikpunkt, weswegen es manche auch als Fraud betiteln. Diese Early Investoren konnten sich nämlich für 30 Cent bis 1 Dollar pro Stück einkaufen und ja ich erinnere mich noch mal daran, der Einstiegskurs bei Coin Miss war über 600 Dollar und mittlerweile sind wir auf 50. Rip an jeden der da gekauft hat. Außerdem waren einige Tokens gelockt, so dass diese Investoren gar nicht handeln konnten. Für die Token der Gründer und der DFINITY Foundation selbst galt das natürlich nicht. War halt ein klassischer IPO Dump nicht gerade die feine englische Art. Beim Namen waren die Herren wenig kreativ. Der Internet Computer ist ein Computer für das Internet. Er soll dezentrale Rechenleistung bereitstellen. Man soll damit zum Beispiel Webseiten husten oder Programme laufen können. Soweit so gut meine Freunde, aber das gibt es doch schon. Wir sind doch gerade auf einer Website, also was macht ICB besonders, wie funktioniert es und was grenzt ihn von anderen Projekten ab. Wir starten mit letzterem freudig in den obligatorischen Ethereum Vergleich. Ethereum hat ja Smart Contracts. Diese habe ich übrigens schon mal in einem separaten Video erklärt. Nun gut, diese Smart Contracts sind unveränderliche Programme, die auf der Blockchain festgeschrieben werden. Die werden auch schon für einiges verwendet, zum Beispiel das Tauschen von Kryptowährungen. Das übernimmt ein Smart Contract, aber irgendwie muss ich den ja erreichen. Was macht der Nutzer also? Er geht über seinen Browser auf eine Website, über die er mit dem Smart Contract kommunizieren kann. Das heißt, wir haben einen dezentralen Smart Contract, aber der Herausgeber braucht dennoch eine Website und die ist wahrscheinlich nicht dezentral. Zusätzlich braucht man natürlich Speicherplatz für Datenbanken und Rechenleistung, je nachdem wie viele Nutzer sich finden. Das erklärt Williams auch ausführlich in einem 40 Minuten Interview auf Bitcoin Echo. Er kritisiert das Big Tech Monopol der großen amerikanischen Konzerne wie Amazon, Microsoft, Google. Um hier Abhilfe zu schaffen und einen Schritt näher in Richtung zensurfreies Internet zu kommen, hat er den Internet Computer geschaffen. ICP bietet ein Protokoll, das ermöglicht, dezentral an Rechenleistung zu gelangen. Gut, nicht ganz dezentral. Es kann nicht jeder Rechenleistung zur Verfügung stellen. Dafür gibt es die Datacenter oder Datenzentren. Dort stehen die ganzen Rechner beziehungsweise Server. Um hier ein Datacenter im ICP Netzwerk zu werden, muss man sich erst bei der DFINITY Foundation bewerben. Also die wollen wissen, wer man ist und ob man vertrauenswürdig ist. Irgendwo verständlich, denn man braucht immer genug verfügbare Rechenleistung und das Ganze auch mit einer schnellen Verbindung. Und da kann man dann einfach keine Heim-PCs erlauben. Da braucht es richtige Server und die Betreiber muss man überprüfen, damit keiner zu viele Datenzentren betreibt und dann irgendwann den Großteil des Netzwerks kontrolliert. Um kurz in die Technik abzutauchen. Also ICP ist ein Blockchain Protokoll in mehreren Schichten aufgebaut. Allem zugrunde liegen die Datenzentren und die hosten die Nodes. Die Nodes werden dann kombiniert, um Subnets zu schaffen. Und auf den Subnets laufen dann die Kanister. Wobei ein Kanister nicht auf einer Node in einem Center läuft, sondern dezentral auf mehreren. Ein Kanister ist hierbei auf Deutsch ein Kanister. Da drin befindet sich zum Beispiel ein Smart Contract, ein Programm, eine Website, was auch immer. Nein, keine ganze Website, sondern die ist auf Kanistern aufgebaut. Den Kanister einmal durchlaufen zu lassen, das ist ein Cycle. Und man bezahlt hier pro Cycle. Genau wie man bei Ethereum pro Ausführung eines Smart Contracts bezahlt. In dem Kanister können sich aber auch normale Programme oder gespeicherte Dateien befinden. Ein Teil der Token, die zur Bezahlung genommen werden, werden geburnt. Das wirkt also deflationär. Inflationär wirken hingegen die Nodes. Denn die Rechenzentren werden natürlich für ihre Leistung bezahlt. Hierfür werden neue Coins geschaffen. Das gilt auch für das Staking. Das heißt also anstatt zu Google zu gehen, betreibt man seine Website mit allem, was dazu gehört, dann auf ICP. Eine Ethereum Konkurrenz ist es nicht zwingend, da man trotzdem Ethereum Smart Contracts verwenden könnte. Dann wäre Ethereum eher für das Backend und ICP eher für das Frontend. Auch wenn ICP laut Roadmap eigene Smart Contracts in der Zukunft anbilden will. Im Moment arbeiten sie eher noch daran, Smart Contracts anderer Blockchains, wie zum Beispiel Bitcoin, aber auch Ethereum zu integrieren. Man kann von Big Tech nun halten, was man will. Aber ich finde Williams Argument nicht ganz schlüssig. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Es gibt Webseiten wie Kinox, Pirate Bay, Burning Series und so weiter. Die sind alle online. Keine von denen ist zensiert, außer durch die Telekom Provider. Und das umgehst du mit einer VPN oder bloß mit einem anderen DNS Server. Grundsätzlich kannst du deine Website auch selbst hosten. Dann gibt es gar keine Zensur von Big Tech. Das wird erst schwierig, wenn du eine gewisse Größe erreichst und viele Server brauchst. Dann gehst du normalerweise zu Amazon und Co. Wenn du aber nicht gerade etwas Offizielles auf deiner Website treibst, dann gehst du einfach zum russischen Service Provider XY und der erledigt das völlig unbürokratisch für dich. Die illegalen Streaming-Seiten waren ein Beispiel. Es gibt noch ein anderes, auf das viel mehr Jagd gemacht wurde. Wikileaks. Bitcoin hatte es Wikileaks ermöglicht, ihre Rechnungen zu bezahlen, nachdem die großen Banken und Zahlungsandienste auf Anweisung der US-Regierung die Geschäftsbeziehung gekündigt haben. Man sieht also, dass dezentrale Geld funktioniert. Doch Wikileaks benutzt kein ICP und auch keine Big Tech. Die schaffen es auch so, online zu bleiben. Die Wikileaks-Website wird von 507 verschiedenen Orten weltweit gehostet und hat etliche Hacking- und DDoS-Attacken überlebt. Artikel dazu in der Beschreibung. Probleme haben die hauptsächlich mit ihren DNS-Providern. Kurz zur Erklärung. Ein DNS-Server hilft einem Computer, eine Website zu finden. Wenn du YouTube.com eingibst, fängt der Computer damit erstmal nichts an. Er fragt also beim DNS-Server nach und der gibt ihm dann die richtige IP-Adresse und den Port. Und hier kann man eine Website ziemlich gut zensieren. Das war das Problem von Wikileaks. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, denke ich, ICP löst dieses Problem sogar, da die DNS von ICP selber gecheckt wird und nicht von einer externen Firma. Also das würde das Protokoll übernehmen. Aber vielleicht kann das ja mal ein Informatiker klarstellen. Denn wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch ein Problem bei dem Coin. Kaum jemand weiß, was das Ding genau macht. Die Feinstricke eben. Das muss man sich alles aus den Fingern saugen. Die Community ist noch mehr Clueless als sonst. Ich habe mir fast drei Stunden Interviewmaterial von diesem Gründer Williams reingezogen. Auch wenn ich ein bisschen was geskippt habe. Und naja, alles was man von dem hört, ist Google gleich böse und Zukunft gleich toll. Blockchain Future. Ja, danke. Und da geht es nicht nur mir so. Die denken auch, jeder der acht Milliarden Menschen hier auf dieser Welt ist Nathila. Die schreiben unnötig kompliziert mit diesen technischen Vokabeln. Ich meine, ja, man kann das vielleicht auch zugute halten. Es ist immerhin ein sehr besiedeltes Thema aus Akademikern. Ein Satz im Internet wurde schon längst zu einem Running Gag. Achtung, Internet Computer ist der world's first blockchain that is capable of running at web speed at unrestricted capacities. Was ist web speed? Ist das eine KMA-Angabe? Bitte lasst mich dazu kurz einen Kommentar vorlesen. Ja, das ist wirklich genial. Also, I've spent this morning reading about ICP, Internet Computer. I have summarized the article for you. The Internet Computer provides a completely different kind of environment that runs at web speed. It cannot be hacked or stopped. It uses advanced computer science to create a new kind of environment, which is totally different to the old environment. And it is better because it executes at web speed. How does it work? Notes, special secret nodes. There are already a thousand data centers running the special nodes. The smart contracts run as designed against the expected data at web speed using advanced computer science, which cannot be hacked or stopped. The secret is in the Delivium Crystals, which allows smart contracts to execute at web speed. You haven't heard about it because of its technical complexity and abstract vision. Experts love it. Tech nerds love it. The code will be open source soon. The governance will be community driven. It will connect everything to everything. It will change everything about everything. The Internet Computer is created by the Internet Computer Protocol. The smart contracts will be written in code and will execute on computers at web speed. Good, kleine Aufregung. Ist ja auch egal. Das ist eh mehr sozial interessant. Für das Investment mal wurscht. Ja, wir wissen also jetzt, was ICP machen will und wofür brauchen wir den Token? Einmal ist das ein Governance Token. Man kann also abstimmen und mitwirken. Das ist uns herzlich egal. Also wie verdienen wir damit Kohle? Woher kommt der Cashflow? Grundsätzlich können wir das Ding staken und wir können an Abstimmungen mitmachen. Für beides erhalten wir eine Belohnung. Kommen wir zum Wert von Internet Computer selbst. Wie gesagt, es gibt die Kanister, in denen zum Beispiel ein Programm drin stehen kann. Diese bezahlen die Betreiber pro Durchführung, also pro Cycle. Genau wie bei Ethereum. Das heißt also, je mehr Webseiten und je mehr Programme sowie Smart Contracts auf dem ICP laufen und je mehr Benutzer es gibt, desto mehr Cycles werden durchlaufen und desto mehr Token werden gebraucht, desto höher steigt der Preis. Das ist eigentlich das einzig Relevante. Nun, wie groß ist der Cloud-Markt im Moment? Das wäre ja der Hauptnutzen. So circa 200 Milliarden sind das im Jahr 2021, Daten vom Frühjahr. Wenn ICP da einen 10% Anteil hinkriegt, ist das schon mal 20 Milliarden wert. Allerdings hat in diesem Markt selbst Google nur einen 9% Anteil und Tencent, eine gigantische chinesische Firma, liegt bei 2%. Das heißt, selbst ein Prozent Marktanteil wäre schon utopisch und selbst dann wäre das nur ein Market Cap von 2 Milliarden und wir sind gerade bei 8 Milliarden und das obwohl ICP im Moment 0% Marktanteil hat. Natürlich kann man den Anteil am Cloud-Markt und das Market Cap hier nicht eins zu eins setzen. Für die Preisbildung gibt es immer mehr Faktoren. Das ist nur ein Teil. Dieser Markt wächst zum Beispiel stark und soll 2028 schon 800 Milliarden groß sein. Da wäre der 1% Anteil dann 8 Milliarden schwer und würde die aktuelle Market Cap definitiv rechtfertigen. Problem dabei, das ist erst in sieben Jahren und wie gesagt, wir sind bei 0,0 Marktanteil. Gut, da ist aber auch noch was anderes eingepreist. Ja, natürlich werden ja nicht alle Token gleichzeitig verkauft. Das heißt, es kann einen Preisdruck noch umgeben, wenn die Token gebraucht werden, aber gerade niemand was hergeben will. Das heißt, das Market Cap kann auch mal viel höher sein als die eigentliche Cash oder eigentliche Nutzen. Das ist kein Problem. Des Weiteren haben wir noch die Smart Contracts und die können natürlich auch als eigener Markt betrachtet werden, außerhalb des Cloud-Marktes. Das rechtfertigt eine höhere Bewertung. Mal kurz, ich habe mir das auch hier rausgesucht, der Smart Contract Markt wird geschätzt im Moment auf so eine irgendwas zwischen 500 Millionen und einer Milliarde und könnte 2025 schon bei 25 Milliarden liegen. Ja, das heißt im Smart Contract Bereich noch ein großes Wachstum. Aber 25 Milliarden, ja das ist ja nix. Da hat ja Ethereum allein schon das Zehnfache. Und das würde sich dann auf alle aufteilen, auf alle Smart Contract Projekte. Das heißt, ja von der Bewertung her wird es schwierig, was zu finden. Aber gut, das muss nicht gleich die Apokalypse bedeuten, denn beispielsweise ADA hat ohne einen laufenden Smart Contract eine noch viel höhere Bewertung. Aber gut, ADA ist generell ein Phänomen. Ich frage mich, ob es für ICP die richtige Nische gibt, ob sich genug Unternehmen finden, die sich darauf einlassen. Eine Sorge bereitet mir auch das hier mal wieder auf Reddit. Ein Händler fragt, also ein Händler, der eine Website erstellen möchte, fragt auf dem offiziellen Subreddit von ICP nach, ob er denn nun eine normale Website erstellen soll oder den Internet Computer benutzen. Und jemand aus dem eigenen Team sagt ihm, nee, mach mal lieber normal, benutzen nicht den ICP. Warum? Naja, weil das Ding eben noch in der Entwicklung ist. Die haben noch nix Handfestes, ja. Danke für die Ehrlichkeit, aber das zeigt uns auch, auf welchem Stand das Projekt dann nun mal steht. Ja, na gut, die Zukunft könnte trotzdem mal sehr rosig sein. Wenn dann in fünf Jahren mal alles auf Webspeeds läuft, dann schauen die anderen blöd aus der Wäsche. Und ja, was würde ich sagen, kann man auch eine achtmal größere Marktkapitalisierung. Und genauso wenig vorzuweisen. Also fundamental stehe ich neutral auf diesen Coin. Kommen wir noch zu ein paar Use Cases. Und ich werde euch das hier im Hintergrund einmal einblenden. Wir hätten da nämlich jetzt mittlerweile schon ein paar Dienste, die auf ICP laufen. Da hätten wir einmal Plug, das ist, das ist jetzt mal nur eine Browser Extension, damit man hier eben mit dem ICP interagieren kann, mit den DApps und so weiter. Es gibt dann aber auch noch Fleek und das wäre so etwas wie diese eine YouTube Werbung, die es da immer gibt. Baue ich jetzt deine eigene Website. Ja gut, das wäre das gleiche quasi für den Internet Computer. Also darüber kann man quasi eine Website drauf bauen. Anscheinend gibt es auch schon tausend Stück. Ja, wird hier zumindest angegeben. Und dann haben wir noch ein paar andere Tools. Es gibt zum Beispiel einen Marktplatz, einen NFT Marktplatz. Es gibt eine Chat Plattform. Es gibt, District wäre hier dann hier das das Governance Tool, um mit zu voten. Dann haben wir hier noch ein Reddit. Open Chat ist wie gesagt das Messaging Tool, also der Kommunikationsdienst. Dann haben wir hier noch ein Authentifizierungstool, sowas ähnliches. Wollte ja Ontology auch mal machen. Habe ich zumindest im Video vorgestellt. Hier funktioniert es ein bisschen anders. Aber gut, vom Prinzip her zumindest, haben wir davon schon einmal gehört auf diesem Kanal. Und der Rest sind dann noch ein paar Wallets. Es ist ein bisschen Defi mit dabei. Das kann sich dann auch jeder gerne einmal selber anschauen. Es sind noch ein paar Programmiert Tools dabei. Auch schon ein, zwei Spiele glaube ich. Auf jeden Fall ist alles in der Beschreibung verlinkt. Chattechnisch hatte ich ehrlich gesagt schon Hoffnung im August. Das sah nach einem Doppelboden aus, mit dem Beginn eines Aufwärtstrends. Weshalb ich bei 55 eine spekulative kleine Posi gekauft habe. Ich wurde allerdings enttäuscht. Der Aufwärtstrend wurde gebrochen. Wir sind gerade unter der Resistance. Und das obwohl Bitcoin eigentlich Stärke zeigt. Vielleicht hilft ja weiterhin starke Bitcoin ICP über diese Resistance. Dann wäre es ja wieder Support. Dann könnten wir hier rauf starten. Und dann wären die Preisziele im Bereich von 100 bis 120 Dollar drin. Dafür müssen wir es aber hier drüber schaffen. Über die 55, über die 60 vor allem. Über die 70. Da wird Verkaufsdruck reinkommen. Und dann müssen wir auf 120. Ja, das wäre das bullische Szenario. Allerdings, wie gesagt, wir hatten eigentlich schon einen Doppelbund und einen Aufwärtstrend. Da habe ich schon reingekauft. Und dann wurde der Aufwärtstrend abrupt beendet. Das ist natürlich erstmal bearish. Obwohl es dem Gesamtmarkt gerade gut geht. Und alle anderen Coins wieder in Richtung Allterm High flutsche. Das heißt, irgendwie wirkt es dann eher so, auf mich zumindest, als ob hier nochmal das bearish-Szenario kommt. Wenn wir nochmal auf 30 Dollar gehen. Irgendwer weiß. Vielleicht dann ein Stück rauf. Dann auf 20 Dollar. Oh, hier sind die 20. Ja. Das wäre natürlich das bearish-Szenario. Weil der Markt ist gerade noch dabei, den richtigen Preis zu finden. Ja, es gibt auch keine lange Historien. Wir sind ja von hier oben untergekommen. Von über 600. Ja, also. Und der versucht sich gerade hier zu stabilisieren. Also, wie gesagt, das würde mich nicht wundern, wenn wir nochmal bei 30 sehen. Das bullische Szenario wäre halt einfach, dass wir hier drüber kommen. So einen kleinen Retest rauf auf die 70. Und dann hier 100, 120. Ja. Das wäre natürlich sehr schön. Dann hätte ich auch einen netten Gewinn gemacht mit meiner kleinen Position hier. Viel mehr gibt es eh auch nicht zu sagen. Ich hoffe, es war informativ. Und vielleicht war es auch ein bisschen unterhaltsam. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und sage damit auch schon Ciao.